Das ist schwer und du kannst... Oh! Ich bin wieder Fallrückzieher. Ich muss jetzt treffen! Amtabam! Wettbewerb! Finale! Epische Finale! Die zwei letzten Spiele der Bundesliga. Wir können alle noch Meister werden, Freunde. Mo auch, der ist neu dazugekommen. Der wird Spaghetti-Nudelmeister. Hashtag Lappach in die Kommentare. Hashtag Bayern! Der will Nippe, Alter. Wir starten ins erste Match. Leverkusen vs. Glattmann. Aber ich will nicht gegen Insekten antreten, Alter. Wir vertrauen jetzt alle auf Eli, dass er gewinnt. Dann ist für uns alle die bessere Ausgabe. Sehr safe. Zwei Challenges sind noch drin. Egal, egal. Was ist das Beste? Oh mein Gott. Warte, warte. Film dort ab, Film dort ab! Ecken! Ecken reindrehen, Freunde. Vielleicht habe ich so einen Krummfuß, der kann sich immer so... Ich gebe dir... Du musst mir vertrauen, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh, Gladbach fängt an. Hubert klettert immer höher, Alter. Der bleibt echt hier die ganze Zeit an deiner Seite. Eni, konzentrier dich, Alter. Meine Meisterschaft fängt von dir ab. Holzi Gladbach mit dem ersten Versuch. Und zu kurz. Sehr gut, das freut uns alle. Du musst den Anlauf erklärt bekommen. 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 Von Onkel Hazel. Ja, was darf er, wenn er dich am Ende putzt? Ah, wo ist Hubert denn, Alter? Ah, da oben! Ah, da oben! Ah, da oben! Das geht hier hoch, Eli, ne? Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das nimmt er nicht! Oh mein Gott! 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 Hey Mann! Juni, je weiter der hochklettert, desto besser wirst du. Weil der sagt dann direkt in dein Ohr, sagt er dir wie du schießen sollst. Ah, schade. Lass die Boiler! Oh schade! Oh, der ist soweit, der ist soweit, Freunde. Uh, was ist los da? Was ist los? Egal, mach den noch nicht, ich mach den dann gleich von der anderen Seite. Der eine von Eli könnte theoretisch schon reichen. Ja, der ist schon sehr gut. Oh, der ist gut. Nein, nein, der ist raus. Zu weit, zu weit. Ah, das war gar nichts, Mignon. Uh, das ist gut für uns, das ist gut für uns. Boah, da gibt es Unterstützung von Leipzig. Leipzig unterstützt hier Bayer, aber was macht Hubert? Oh, letzter von der Seite. Ich meine, das ist eigentlich die einfachere Seite für uns. Oh, Leipzig wendet hier die ganz dreckigen Tricks an, unglaublich. Der Druck ist real. Der ist gut, der ist gut, aber leider zu weit. Ja! Und Gladbach, in der ersten Halbzeit kein 1-ing getroffen. Hubert, Hubert ist auf deinem Hals. Er ist gleich wirklich in deinem Gehirn. Eli, hör nicht auf Hazel. Hör auf Hubert. Hör einfach darauf, was Hubert dir sagt. Der beißt ihn genau in dem Moment, wenn er schießt. Marienkäfer beißt hier auch so doll. Bye, have a great time. Der geht doch. Das war's für die erste Halbzeit. Auf geht's zur anderen Seite. Gladbach muss jetzt kommen. Oder andere Seite mies schwer. Ich dachte, ich mach hier 5 und dann da gar kein. Auf jeden Fall, es wird nicht einfacher. Meisterschaft geht auf Hubert's Nacken, Alter. Beziehungsweise Hubert ist auf Elis Nacken. Wenn er gleich verschwunden ist, dann wissen wir, wo er rein ist. Ah, der ist runtergefallen, der ist fast in den... Warte, warte, der ist an deinem Kragen hier. Lars, denk dran, das ist superschwer und du kannst... Oh! Boah, so knapp. Hubert ist weg. Hubert ist weg. Nee, nee, der ist doch hier, der ist doch hier. Alles gut. Der ist weg, der ist weg. Oh, jetzt ist die Kraft von dem weg. Oh, oh. Kaum ist Hubert weg. Hör auf damit. Deine Schuhe gehen doch kaputt. Oh, oh mein Gott. Er macht ihn. Unglaublich. Unglaublich. Da kommt Gladbach. Der eine Punkt reicht nicht, mein Freund. Ja. Oh mein Gott. Nein. Zu kurz. Machst du den nochmal, Holzi-Molti? Ah. Oh mein Gott. Ob dieser Junge her die deutsche Meisterschaft holen kann, ist fraglich. Ich muss doch einen reinmachen. Eli wird die anderen irgendwo da hinten hinschießen. Ja, aber wirst du den reinmachen? Ja, das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Der Führungstreffer. Auch ohne Hubert muss es laufen. Wo Hubert? Ich meine Hubert ist ja genau da. Der wird es. Der wird es. Der wird es. Der wird es. Oh. Gar nicht mal so schlecht. Auch Flaches erlaubt. Jeder nur noch einen und es steht 1-1. Die Punkteteilung bringt euch beiden nichts. Eli schießt daneben, wenn ich treffe. Trifft Gladbach jetzt. Oh, das war's. Oh mein Gott. Die drei Punkte sind weg. Eli kann sich die drei Punkte jetzt schnappen. Der wird einfach da eben einen reinmachen. Schnappen oder schnappen. Eli, jetzt musst du einen Schnapper machen. Das ist dein Moment. Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Das ist der Moment, um Helden geboren werden. Wenn ich jetzt. Der Corona-Moment. Eli Brabra. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er macht es. Der eine Punkt haben wir auch. Gladbach ist raus. Gladbach ist raus. Und Leverkusen lebt. Wir drei haben doch die Chance auf die Meisterschaft. Ja, aber wenn du jetzt gewinnst, Bruder, jetzt. Ja, ich gewinne. Ich hab vier. Ich kann auch auf sieben gehen. Das heißt, ein Unentschieden reicht mir für die Meisterschaft. Ja. Weil ich hab auch sieben Punkte. Leipzig versus Bayern. Das absolute Finale gegen Wolli. Absolut. Es entscheidet alles. Oh mein Gott. So, eine Challenge ist noch drin. Da muss eigentlich gar keiner ziehen. Also die können wir einfach vorlesen. Ich gebe ihnen die Ehre. Was ist die letzte Challenge hier? Leipzig gegen Bayern. Tret denn an! Wolli! Du hast eh noch eine Rechnung mit dem Penner-offen. Wolli-King, Freunde. Und ich war mal Wolli-King. Ehemaliger Wolli-King. Warmer, warmer. Ja, genau. Ich werde jetzt Meister. Ich bin Wolli-King, Deutscher Meister. Alles. Hol ich mir den Sieg, hol ich mir auch die Meisterschaft. Hol ich mir einen Unentschieden, hol ich mir die Meisterschaft. Holst du eine Niederlage, holst du Corona. Geht nicht, habe ich schon. Einen Sieg für Leipzig gibt, dann wird es richtig komisch. Dann wird es 7-7-7. Ja. Dann brauchen wir den Videobeweis. Komm! Schick, schick, schick! Fang an, du Bulle! Komm, RB! RB drüber! Wolli! 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 Wie gold! 1-0! Bayern ist stark! Es ist zu stark diese Saison. Jedes Mal dasselbe. 18 Mannschaften kämpfen um den Sieg und am Ende gewinnen immer die Bayern. 1-0! Und Leipzig, Leipzig! Oh! Get it in, man! Man! Du bist schon unter Druck, ne? Komm, Bruder! Quatsch mit Soße! Ja! Ja! Das ist er weg! Das sind die Nerven jetzt. Parti, Patu! Parti, Patu, Patu! Halt die Klappe und schieß! Bruder! Das hat eigentlich schon eine Backpfeife verdient, weißt du selber, ne? Zum Glück steht da kein Zauern, Bruder! Bruder! Ja! 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 Da ist er wieder! Ja! Oh mein Gott! Druck! Jetzt ist der Druck da! Ha! Schlecht! Oh! Oh! Bruder, warum? Warum, Alter? Ist das der Ausgleich, Freunde? Ist das der Ausgleich? Oh! Der war krass! Der war gut! Der war gut! Alles gut genug! Ha! Wenn du jetzt einen machst, wär er stabil, Alter! Wenn mir jetzt einer sagen würde, dass ich dich um die Meisterschaft betrogen werde, dann weiß ich auch nicht! Der Ball kommt auf ihn und er macht sich noch kleiner, damit er den Ball erst recht nicht halten kann! Torwart macht immer Fehler, konzentrier dich auf dich! Okay! Was machst du? Oh mein Gott! Der trifft halt alles! An der Stelle können wir das Video beenden, ich schenke Leipzigs... Nein, sonst ist es vorbei! 4-1! 4-1! Oh, der hat zwölfmal aufgetitscht, bis er ins Zeug rein ist! Da merke ich das! Finale krisels hier, Freunde! 4-1! Ja, da gibt's Diskussionen! Ja! Das ist die letzte Chance, aber jetzt glaube ich an dich, Alter! Sehr gut, Brudi! Warte! Triff einfach! Rechne nicht! Triff, Bruder! Mach einfach ganz normal, Alter! Bruder, schieß normal! Nicht schon wieder Freirückzieher! Boah, Bruder! Der trifft grad fast alles, Alter! Egal wie der den nimmt! Ich muss jetzt treffen, um dann noch das mal entschieden rauszuholen! Oh mein Gott! Da war's! That's it! Jetzt 7-7-7! Da würde ich sagen, machen wir noch eine Challenge! Mann, ich hätte mir das holen können jetzt gegen dich zum D-Buhl! Na, wir haben uns jetzt was überlegt, Freunde! Das wird jetzt im Elfmeterschießen entschieden! Ihr drei tritt noch mal gegeneinander an, ja? Und da gucken wir, wer die Schale mit nach Hause nimmt, ja? K.O. System! Richtig! Wer vergibt es draußen! Ich werde nicht mehr viel zu kusen bleiben! Okay, Bayern fängt an! Ich zeig euch, wie es geht! Oh, souverän! Was ist Elie überhaupt dabei, Alter? Wie hat der sich qualifiziert, Alter? Was ist das passiert, Alter? Was ist das passiert, Alter? Die ganze Träume platzen jetzt, Elie! Sie platzen! Yeah! Bruder! Kann doch nicht sein, Elie! Was ist denn los? Was ist denn los, Elie? Direkt rüber! Er ist das! Komm, sag mir die Ecke mal vorher an! Ähm, Mitte! Mitte? Okay! Komm, Hesel! Mach ihn mal rein, Hesel! Hä? Triffst du? Uuuuua! Ekelhaft! Ja! Jubel! Boah, souverän! Mein Gott, ich kann wirklich nicht mit dem Brück umgehen, Alter! Ohne, jetzt mein Kopfplatz! In ihrer langjährigen Tradition! Nein! Du hast dich fast bekommen, du Schwein, Alter! Wenn du gut schießt, ist es egal, ob der springt oder nicht! Ohoho! Uff! Uff! Freunde, ihr wisst gar nicht, wie das ist als Leipzig-Fan! Geil! Seit über 10 Jahren warten wir auf die erste Meisterschaft! Wisst ihr, wie lang das ist? Aber meine Leipziger, ich brauche eure Kraft! Ah! Oh mein Gott! Das war doch klar, Alter! Sergio Ramos! Sag ich doch! Also rüber! Und hier sehen sie den unverdienten Meister! Äh, was? Bayern gewinnt doch jedes Jahr! Like im Bruder! Es war easy! Wusstet ihr es nicht von Episode 1 an schon? Man wusste es! Es war doch klar! Leipzig hat man echt nicht erwartet! Nein, MVP des Turniers war auf jeden Fall Mo! Lass ein Like da! Kostenloses Abo! Und wir sehen uns dann im nächsten Video! Wir sehen uns im nächsten Video! Haut rein! Bis nächste Meisterschaft! Wenn die dann stattfindet, ne? Ah!